Everybody get your fucking hands up Moin Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Minecraft Projekt Okay, klein ist so hingeschieben Es geht um, ja sowas wie Panzer, Militär, Kriegs mäßig Zusammen heute mit dabei ist der liebe Ben Flix, hallo Guten Tag Ich werde im Laufe des Videos jetzt noch mehr über das Projekt erzählen oder wir Worum es hier überhaupt geht und ja, wie es aufgeteilt ist Sie sind insgesamt eigentlich ein Dreierteam zusammen mit Moomcake Der hat aber noch ein paar Probleme, deswegen kann er leider heute noch nicht mitspielen Boah Leute, das Projekt leuchtet schon seit Sonntag, oder? Ja, jetzt ungefähr zwei, drei Tage Samstag, Sonntag, Samstag, Samstag war es Und heute haben wir Dienstag, wir sind halt vorher einfach noch nicht dazu gekommen aufzunehmen Deswegen sind wir auch dementsprechend ein bisschen weiter Ja, wir haben hier schon so eine kleine Base mit Lager und so Unser nächstes Ziel jetzt ist es, Rubber zu finden Und zwar das Ganze kann man an Bäumen finden, das ist Gummi, ne? Ja, dafür habe ich extra das hier schon gecraftet Und weil wir wollen dann ein Atomkraftwerk bauen Ja, aber das ist ein Verlauf des Spiels, weil Atomkraftwerk ist ein teuer Wir wollen jetzt erstmal ein Electric Furnace machen Genau, elektrischer Ofen, ne? Ja, genau, und dafür müssen wir erstmal dann den Ofen herstellen Und dann brauchen wir noch Strom Okay Wollen wir die Freitagankündigung direkt machen? Ja, komm, let's go Und zwar am Freitag findet ein Stream start Ich weiß nicht wie lang, aber auf jeden Fall lang, oder? Ja, würde ich auch sagen Wo wir das Projekt wahrscheinlich ein bisschen spielen Da hinten bei The Way, die Wassersperre ist fertig geworden, ne? Echt? Ja, guck, komm mit Ähm, da werden wir dieses Projekt, da könnt ihr auf jeden Fall mit dabei sein Redkultur Ja So, jetzt habe ich so eine kleine Wassersperre gebaut Ui, ist sogar gefroren hier oben Um hier die beiden Teile miteinander zu trennen Ich finde, das sieht halt übelst geil aus So, auch weiter weg Wir schwimmen da jetzt einfach mal rüber Und suchen diesen besonderen Baum Ja, das ist so ein Baum Wo die Spitze zwei oder drei Blöcke hoch ist Und, ähm Wir brauchen Den Tropfen, der am Baumstamm unter den Blättern hängt Wir können aber schon Setzlinge und Das Holz auch mitnehmen Weil, wenn wir dann irgendwann so einen Crusher oder sowas haben Ähm, können wir die Stämme Ihr wollt's auch zu einem Rubber machen Ja, aber Ja Haha, ich hab einen richtigen Energy gemacht Leute, falls ihr Chips und Tricks habt, wo wir die Bäume Ich komm wieder Ich komm wieder, warte Uh, was ist los? Hallo Ich hab beide diesen Baum schon mal gesehen Äh, ich wusste aber nur nicht, was der kann Hab ihm nicht gefällt Das ist schon direkt am Anfang des Projekts gewesen Ich denk mal, da vorne kann safe einer sein Ja, also wie gesagt Tipps und Tricks Ja, ne, ne Ich hab auch Ich seh welche Ich seh welche, Dominik Ich seh welche Wo, wo, wo? Komm her, wo bist du? Wo bist du? Hier Hinter dir, Digga Ah, warte Komm Haben wir Aussicht Und das siehst du schon Das sagt, bei manchen die Spitze rausragt Komm her Da, bei dem und dem Siehst du? Ganz weit hin Ja, 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 ja Oh mein Gott Hin, 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 hin Direkte Oh, jetzt müssen wir erst mal hier runterkommen Hunde Hast du Knochen? Äh, ja, zehn Stück Oh mein Gott, hier sind fünf oder sechs Stück Ja Oh mein Gott Darf ich auch, darf ich auch Okay Oh mein Gott Okay Komm mit Okay, jetzt muss ich nachgehen Ja, ich hab noch einen direkt Also, ich hole den anderen auch noch Hey Keck, gebe ich dir sieben Knochen Ja, Hund, greift mit an die Kuh Ja, ich hab direkt drei Hunde Oh mein Gott Hallo Oh, da ist noch einer Komm, komm Du gehst auch nie Ah, du gehst schon nie Oh, hallo Du bist denn okay Ist so, ist so Wir müssen dieses Gummi finden Und das ist jetzt echt eilig Weil es wird Nacht Und ihr müsst wissen, in der Nacht Die Monster sind Das sind nicht einfach ganz normale Mobs Also die haben echt, man Da haben allein schon Skelette Militärs genommen Ja, das ist krank Warte, kurz einmal begrüßen Ja, hallo Hallo Moin Moin meine Aktivfreunde Okay, Capata ist auch Nein, nein, nein Gleich tot Nein, nein, nein Da kommen diese riesigen Rüstungsteile Bist du einfach weiter in die Richtung gelaufen? Ja, hier ist jetzt dieser Baum Hier ist auch nochmal so ein Baum Okay, ja, ja, warte, ich komme zu dir Wo bist du? Ich weiß nicht Ich bin beim Oh, mein Hund stirbt Mein Hund Mein Hund Mein Hund ist tot Dominic Nein, nein, nein Oh, stopp, bleib, bleib, bleib Du bist hier Oh, ja Das gelöhnt dir mal noch gegen mein Hund hier Oh, da ist sogar das Paltrand Wo? Da, an der Seite Ja, genau Ha Ich hab zwei Stück Okay, hier gibt es noch viel mehr Ja, haben wir ein Setzling von denen Wir brauchen Setzling, ich hab keine Axt mehr Also Leute, ihr seht schon bei diesem Projekt hier Das ist ein sehr aktives Projekt zur Zeit Hier join ständig neue Leute, wie ihr seht Wieder rein Ist auch ein Server gescheiter Jedoch Crash, der manchmal, wenn man Anscheinend sich Flugzeuge craftet Er setzt und auch Fahrzeuge Das muss noch behoben werden Ja, ich denke, das sollte Irgendwann die Hier, den Abbau Ja Leute, falls ihr euch fragt Warum ohne Facecam Weil das Projekt halt eben nicht nur auf meinem Kanal kommt Sondern halt auch beim lieben Netflix Oder bei BoTheo auf dem Kanal auch Und Wusst du BoTheo macht das auf seinem Kanal? Also auf seinem Twitch-Channel streamt er das ab und zu Ah Und deswegen halt keine Facecam Klappata Du wurde lebendig begraben Oh, der Arme Guck mal hier voran Da ist schon Und da So Wassersperre Ne, haben es nicht mehr weit Da vorne ist schon die Wassersperre Wenn ich sneak-sichtige Uhr Mein Geld Anbezeit Liegt jetzt bei 38 Und dieses Account Ist halt wie viel ich auf meiner Bank habe So, Geld So, erstmal alles einzahlen Leute, ich kann euch jetzt auch mal zeigen, was wir gerade im Moment versuchen Hier Wir probieren den dazu machen Den elektrischen Ofen Klappata ist schon ein neuerer Hitzgenerator, Motor Elektrischer Ofen hier Und dafür brauchen wir diese isolierten Kupferkabel Und dafür haben wir das Gummi gebraucht So Wo ist noch Kohle? Da oben ist noch Kohle dran Da bratsche ich jetzt mal Unser Gummi Okay, wir haben schon Kupferkabel Ich tue meine Gern da auch mal rein, okay? Jetzt Was macht der? Da kann man so ne Compilation draus machen Ja So, also warte Ich brauche noch Kabel Und jetzt Hier oben Tag Plus Das Ist Cool Ich habe ein isoliertes Kabel Rat mal wie viel ich brauche Boah, weiß nicht Ich brauche sechs Stück Und wir haben Platz Und wir haben Gummifüll Drei Wo Ah, irgendwie bisschen Bisschen zu wenig Hallo Ender Mensch Ha, nein, Ender Mensch verfolgt mich Was? Ich ist Stress Ender Mensch Junge, diese Rüstung von den manchen Zombies, ey Oh, sorry Ja, wir haben Ender Pearl Ender Pearl Hab sie eingesammelt Hab sie dir geklaut, Digger Abgezogen Klickt die in die Jetzt können wir Aufzug machen Wohin er geht Man weiß es nicht Aber wir haben Aufzug Ja So Leute An dieser Stelle Beende ich auch meine Folge Schaut gerne in den nächsten Folgen wieder vorbei Und auch gerne im Livestream Am kommenden Freitag Und Ich denke da bauen wir dann ein paar Maschinen Gucken, dass wir vielleicht schon die ersten Autos oder so bekommen Und dann Bis zum nächsten Mal Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao